Also, legen wir einfach los. Herzlich willkommen. Jetzt ist ja wahrscheinlich schon 15.31 Uhr. Wir brechen mit einer Tradition, pünktlich anzufangen. Ich bin Oliver und ich habe mir überlegt, im Rahmen der OER Summer School biete ich einfach eine Extra-Session zu H5P an. Den Kurs gibt es ja. Also auf campus.oerbekämpfung.de gibt es den ganzen Kurs zu H5P mit allen Grundlagen und allem, ich glaube, allem, was man zum Einstieg auf jeden Fall braucht. Und ich habe gedacht, na gut, dann kann man ja zusätzlich noch ein paar Extra-Sessions machen zu ein paar Themen, die jetzt nicht unbedingt in so einen Kurs passen, weil die aktuell sind, sich ändern und solche Sachen. Das lohnt doch nicht. Die halten halt nicht so lange. Für die, die jetzt live dabei sind, ich werde jetzt so wahrscheinlich 20, 25, wenn ich sehr lange labere, 30 Minuten erzählen, ein bisschen was zeigen. Und da wäre es gut, wenn ihr da erstmal die Mikros auslasst. Wir können die hinterher machen, wir haben eine Fragenrunde auf jeden Fall noch. Da können wir das dann so machen oder in den Chat, wie ihr das mögt. Den Chat könnt ihr immer schreiben, aber vielleicht währenddessen nicht. Und ich glaube, dann ist das für das Recycling des Videos vielleicht später einfach ein bisschen einfacher, falls da noch was gemacht werden soll. Sonst hat man immer so, ich zeige was, dann diskutieren wir, dann zeige ich wieder was, dann muss man so viel schneiden. Okay. Also, worum sollte es da gehen? Ich habe drei Inhaltstypen rausgesucht, die es offiziell noch nicht gibt. Also, die sind zwar schon erschienen, aber die sind noch nicht in diesem H5P-Hub. Und die würde ich einfach kurz zeigen. Und ich zeige dann auch, wie man sich die schon installieren kann und nutzen kann, auch wenn die halt offiziell noch nicht erschienen sind. Und es gibt viele Wege. Ich benutze einfach mal den einfachsten. Wenn euch der einfachste nicht reicht, dann zeige ich auch gerne noch einen komplizierten. Ja, aber das ist so die Idee. Und das sollte, wie gesagt, 20 maximal wirklich 30 Minuten dauern. Und dann haben wir Zeit zu gucken, vielleicht habe ich irgendwas schlecht erklärt, dann erkläre ich es nochmal und zeige es irgendwie ein bisschen besser. Oder wir gucken, wie kann man die einsetzen oder was fehlt vielleicht noch in Funktionen, das später dazukommen kann. So, das ist die Idee. Also lege ich los. Ich benutze jetzt gar nicht diese Zoom-Teilfunktion, sondern ich mache das einfach einmal so. Ich springe so um und jetzt müsstet ihr, wenn alles gut gelaufen ist, mal einen anderen Bildschirm sehen. Da seht ihr jetzt mein privates Blog auf www.odivertake.de. Da kann ich nochmal schnell den Link auch in den Chat posten, wenn ihr da drauf gehen wollt. Das ist da jetzt seit ein paar Minuten online. Und zwar ist das eine Übersicht über das, was ich heute mache, wie das sich einfach anders ist. Ihr könnt jetzt schon stöbern und wer später gucken will, findet das da auch. Also das Erste, was ich rausguckt habe, ich scrolle einfach mal. Das ist das hier. Das nennt sich Bingo. Gibt es schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit 2018. Ist leider immer noch nicht offiziell erschienen, aber man kann es halt schon benutzen. Vielleicht spannend ist hier der Hintergrund. Eine quasi Auftragsarbeit, die ich gemacht habe. Anja Lorenz, die von mir hochgeschätzte, jemals noch meine Kollegin war, sagte, sie fährt immer zu, was heißt immer, sie ist ab und zu mal auf langweiligen Konferenzen. Und da wäre es doch schön, wenn man einfach zwischendurch Bullshit-Bingo spielen könnte. Das heißt, man bereitet sich so eine Bingo-Karte vor mit verschiedenen Übergriffen, von denen man sowieso weiß, dass sie vorkommen. Vielleicht mache ich das hier auch ein bisschen größer, dann seht ihr das besser. Oder sowas hier. Das ist jetzt vielleicht so klassisches BWL-Bullshipping. Also Quick Win, Benchmark, Immersion. Wenn ich in irgendeinem Vortrag bin zum BWL und ich weiß schon, ach, die kommen bestimmt davor, dann kriegt jeder zufällig so eine Karte und dann geht es los. Und dann ist da vorne ein Redner oder eine Rednerin und dann sagt die Best Practice. Und dann sagt man schon, ha, Best Practice kann ich abhaken. Und dann kommt irgendwann Agile und das beliebte Blockchain und, weiß ich nicht, Longtail, Generation Y, Scalability, Customer Value. Und dann kommt vielleicht noch der Begriff Data Mining. Und dann passiert das hier. Dann habe ich natürlich ein Bingo voll. Was man damit jetzt macht, in der Live-Situation, wo man aufsteht und Bingo schreit während der Konferenz, das ist dann den Leuten selber überlassen. Aber das ist halt dieses Bingo mit Wörtern. Kann man natürlich auch mit Zahlen machen, das ist der einfachste Fall. Aber das ist ein Beispiel. Das ist halt die ursprüngliche Idee gewesen. Dann habe ich das programmiert. Ich sage auch gleich, wie man sich das installieren kann, nutzen kann. Und dann kamen die Leute, naja gut, das ist natürlich nur ein Spielchen gewesen, aber man kann es doch auch didaktisch sinnvoll nutzen. Und da habe ich einfach auch so ein paar Beispiele. Das erste habe ich mal genannt, kennenlernen bzw. Sprachanlässe schaffen. Wer zum Beispiel auch dem OER-Camp schon mal war, der wird das kennen. Da gibt es das auf Papier. Allerdings immer nur eine Karte für alle, wo die gleichen Sachen drauf sind. Und dann bekommt man die Aufgabe, so, am Anfang des Wagcamps, bevor man sich überhaupt kennengelernt hat, im Großen, nehmt euch doch mal diesen Zettel, den ihr bekommen habt. Und jetzt geht mal zu einer Person und fragt die mal bestimmte Sachen und findet mal eine Person, die eine dieser Sachen erfüllt. Also, vielleicht mache ich das hier dann noch ein bisschen größer hier. Nehmen wir das hier. Also OER-Camp-Bingo. Eine Person suchen und eine Person finden, die zum Beispiel genauso alt ist, wie man selber. So, das heißt, man geht von Person zu Person und muss jemanden finden, der genauso alt ist. Was muss man machen? Man muss auch nicht mit dieser Person sprechen. Das ist also super, um Leute kennenzulernen. Wer bist du denn überhaupt? Um den Namen zu erfahren und dann sagen wir mal, ich habe jemanden gefunden, der genauso alt ist, wie ich. Darf man nur eine Frage stellen. So, jetzt gehe ich weiter durch den Raum. Jetzt suche ich jemanden, der Manfred Spitzer mag vielleicht. Oder, vielleicht habt ihr ihn auch gefunden. Jemanden, der abseits erklären kann von Fußball. Oder jemand, der Microsoft mag. Oder der bei Twitter aktiv ist und so weiter und so fort. Und dann das gleiche Spiel. Vielleicht mache ich das hier mal in der Mitte, damit ihr auch diesen Joker seht. Es gibt natürlich auch einen Joker, den man optional vergeben kann. Und dann hat man irgendwann ein Bingo und dann hat man halt quasi gewonnen. Und da kann man auch im Warcamp noch Bingo schreien. Das ist also super, um ein Kennenlernen zu ermöglichen. Und, was ich gerade gesagt habe, so Sprachanlässe schaffen. Mir hat dann, ich weiß Ihren Namen leider nicht mehr, aber irgendjemand hat mir gesagt, pass auf, das ist eine gute Idee. Okay, mache ich einfach schon längst, zwar auf Papier, aber im Englischunterricht. Einfach, um die Schülerinnen und Schüler ins Sprechen zu bringen. Also, die bekommen dann auch so eine Karte. Und da steht dann zum Beispiel eine Frage drauf, die sich jemand anders fragen sollte. Das heißt, sie gehen dann da auch durch den Raum. Und dann fragt der oder die, weiß ich nicht, what time is it? Und dann hat man halt die Frage gestellt. Die steht da drauf. Die muss man sich nicht ausdenken. Das ist also sehr niederschwellig. Und die andere Person kann dann einfach darauf antworten. Dann geht man einfach durch den Raum und stellt die Fragen und hat auch so ein Bingo vollbekommen. Kann man sich dann auch aussuchen, welche Reihe man nimmt. Es geht wirklich dann darum, einfach ins Sprechen zu kommen und das ein bisschen zu triggern. So, das kann man damit machen. Dann Veranstaltungsabschlüsse kann man damit machen. Das habe ich mal geklaut von Nele Hirsch. Die macht das in ihrem eigenen Kurs, hier auf der OER Campus Seite, bei der OER Summer School. Und bei ihr ist das so, oder bei den ganzen Kursen ist das ja so, dass man die nicht so vorstellen muss, als ich gehe alles von vorne bis hinten durch und klicke jede einzelne Seite an und versuche, alle Aufgaben zu lösen. Also man soll sich ja bewusst aussuchen, was einen interessiert. Und auch das mit der Teilnahmebestätigung, wer die haben möchte, ist ja sehr einfach. Man muss sich das quasi selber ankreuzen, was man gemacht hat. Dann bekommt man die zugeschickt. Und Nele hat gesagt, ist ja wahrscheinlich ganz gut, dass man sich selber nochmal überprüft, ob das irgendwie geht. Das heißt, wenn man ihren Kurs durch hat, soll man doch mal gucken, ob man da so ein Bingo vollbekommt. Also sagen wir zum Beispiel diese vier hier. Und wenn man irgendwo ein Bingo hat, sagt sie, okay, dann hat man auch genug mitgenommen aus dem Kurs, dass man eine Teilnahmebestätigung verdient hat quasi. Also auch sowas kann man machen. Und ja, das waren auch schon die drei Beispiele. Also ihr seht, man kann das auch wiederholen. Und man kann auch einstellen, dass es dann neu sortiert wird. Ich glaube, das ist sogar der Standardfall. Man kann auch so ein paar kleine andere Sachen machen. Und was aber nicht geht, es ist halt noch nicht offiziell in diesem H5P-Hub erschienen. Und ich zeige jetzt einfach, wie man es da reinbekommt. Und dafür zeige ich erstmal, was ich meine mit diesem H5P-Hub, falls euch der Begriff nichts sagt. Das ist jetzt ein nacktes WordPress, das ich vorhin aufgesetzt habe. Da ist nichts drin, außer einmal H5P installiert. Und da müsst ihr aber nicht erschrecken, wenn ihr Moodle benutzt oder Drupal oder was anderes, wo H5P läuft. Das Wesentliche ist hier das Gleiche. Also bei WordPress geht man hier auf H5P-Inhalt und klickt auf Erstellen. Bei Moodle ist das je nachdem, was man hat. Interaktivität hinzufügen bei Drupal, auch Inhalt erstellen. Und dann, egal wo ihr das macht, geht immer das hier auf, was diesen blauen Rahmen hat. Und wenn man jetzt hier mal sucht, wir können mal durchscrollen, werdet ihr dieses Bingo nicht finden. Ich habe alles installiert vorhin noch schnell, was es offiziell gibt. Und das ist genau das hier, aber kein Bingo. Wir können nachher nochmal Bingo eingeben. Bingo gibt es einfach nicht. Und es wäre ja doch schön, wenn man das benutzen kann. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Und der schwierige und für die Admins immer so der beliebtere Weg ist, das über die Bibliotheken zu machen und das Jahr nichts Böses passiert und so weiter und so fort. Wenn man selber so eine Seite betreibt oder eben selber Admin ist, kann man das aber auch anders machen. Und zwar ist dann der einfachste Weg. Einfach nochmal auf meine Seite hier zu gehen. Und man sucht sich dann irgendwie einen aus. Also nehmen wir einfach, ganz egal welchen. Und dann gibt es hier unten diesen Reuse-Knopf. Der ist eben da, um sich diese H5P-Dateien runterzuladen. Geht auch auf. Und ich kann mir jetzt genau diesen Inhalt hier, dieses OR-Camp-Bingo, was ich da erstellt habe, runterladen. Das mache ich einfach. Ja, speichern wir uns einfach direkt auf dem Desktop. Da liegt das jetzt. Und das Schöne bei H5P ist, dass das ja nicht nur jetzt die Mediendaten sind, also zum Beispiel das Bild, was hier verbaut ist oder die Texte, die ich eingegeben habe, sondern da ist auch der ganze Quelltext drin im Prinzip, der notwendig ist, um das Laufen lassen zu können. Das sind auch die Bibliotheken von diesem Bingo. So, was H5P jetzt macht, wenn ich wieder auf meine Seite hier gehe, da kann man Inhalte hochladen. Und jetzt suche ich mir einfach mal einen Inhaltschip, den ich gerade runtergeladen habe, von meiner Seite, dieses OR-Camp-Bingo, und sage Öffnen und sage Benutzen. Und wenn H5P jetzt merkt, okay, diese Datei habe ich noch nicht, das ist diese Bibliothek, diese Bingo-Bibliothek, die da ja auch drin steckt, dann installiere ich die einfach. Einziger Haken, man muss halt die Rechte zum Installieren haben, sonst funktioniert das nicht. Also im Zweifel müsst ihr nochmal einen Admin fragen. Hallo, liebe Admin. Kannst du mal schnell diesen Inhalt hochladen? Ihr seht jetzt hier, das wäre der Editor von dem Bingo. Da seht ihr schon genau, also wenn ihr schon mal einen Inhalt hochgeladen habt, dann ist das jetzt gleich. Ihr wisst, das ist alles das, was ich angegeben habe. Da könnt ihr jetzt gucken, was man damit machen könnte. Also man kann da auch noch ein Bild irgendwie drüber setzen, wenn man wollte. Man kann sich überlegen, will ich das so mit Wörtern spielen, was ihr gesehen habt? Oder will man es wirklich nur mit Zahlen haben? Dann sucht er zufällig, je nachdem, wie groß man das macht, Zahlen raus. Und trägt die ein, dann hat man ein ganz normales Bingo. Man kann sich nur aussuchen, wie groß das Spielfeld sein soll. Man kann eben das Hintergrundbild für den Joker nochmal setzen. Ich weiß gar nicht, was kann man auch machen. Genau, Joker setzen oder nicht setzen. Also wiederholen, erlauben oder nicht erlauben, wenn es halt durch ist, ist es sonst einmal durch. Das kann man dann machen. Und nun, damit ihr seht, jetzt ist das quasi schon installiert. Also wenn ihr grundsätzlich Sachen installieren dürft, also Hafen-P-Inhalte oder Bibliotheken, dann funktioniert das ganz wunderbar. Und ich kann jetzt auch nochmal einen neuen Inhalt erstellen. Den innere ich jetzt einfach, den speichere ich nicht. Jetzt habe ich wieder meine Liste. Und wenn ich jetzt hier durchscrolle oder oben Bingo eingebe, dann sollte ich auch irgendwo das Bingo-Symbol finden. Wahrscheinlich ganz unten. Da ist es fast ganz unten. Da ist mein Bingo. Also könnte ich jetzt hier auf Bingo klicken und kann eine neue Bingo-Aufgabe erstellen. Nummer eins. So, das probieren wir jetzt einfach nochmal zwei anderen Sachen, damit ihr seht, das ist wirklich easy peasy. Also gehen wir nochmal zurück. Das war das, das Bingo. Nummer zwei. QR-Code. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es entstanden ist. Ich weiß, Nile Hirsch war daran beteiligt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ursprünglich von mir ausging oder ob es ihre Idee war, das zu machen. Ich glaube, in dem Fall hatte ich mir das schon gebaut und sie hat nur eine Idee beigescheuert, die ich gleich zeige. Weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Nile, falls du das siehst und das doch deine Idee war, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß nur, dass ich das eigentlich haben wollte für Kurspräsentationen. Denn, was ich ganz gerne mache, wenn ich irgendwie normale Präsentationen nutze, ich packe da auf die erste Seite immer gleich so einen QR-Code drauf, damit man direkt auf die Präsentation noch kommt und sich die angucken kann und nebenbei da schon mal drin rumstöbern kann. Und klar kann man auch so machen mit H5P in dem Kurspräsentation und suche mir noch irgendwie so einen externen QR-Code-Generator, trage da eine URL ein und lade mir dann das Bild runter und lade das in H5P wieder hoch und dann funktioniert das auch. Ist aber bei mir zu umständlich. Und da habe ich gesagt, schreibe ich doch einen kleinen Inhaltstyp, der mir einen QR-Code generiert. Und das ist der hier, der ist auch noch nicht in der Kurspräsentation drin, aber ich kann im Prinzip zeigen oder andeuten, was man damit machen kann. Ich kann jetzt schlecht ja zeigen, was der konkret tut, aber ihr seht, habe ich mich großgestellt, vorher die Seite ist jetzt rüßengroß. Man kann damit verschiedene Sachen machen. Also im Prinzip erstmal alles, was man in so einem QR-Code strecken kann. Das ist ja erstmal im Prinzip nur Text. Und so der Klassiker einfach URLs. Also wenn ihr das hier abfotografieren würdet, könnt ihr ja vielleicht mal nebenbei machen. Würdet ihr auf die Seite, ich klicke mal drauf, dann seht ihr das auch auf hafenp.org. Linkt der halt. Mache ich wieder zu. Achso, auch vielleicht der Hinweis, das hier. Ich hatte so eine Demo-Version mal geschrieben und dann kam von Ralf Hilgenstock der Hinweis. Ja, nettes Ding. Ist für ein Smartphone wahrscheinlich auch super, aber wenn ich das jetzt hier auf dem Desktop aufmache, sehe ich ja gar nicht, was das hier ist. Vielleicht brauche ich das aber. Also deshalb kann man jetzt hier draufklicken und man bekommt auch den Inhalt angezeigt. Also wenn ihr davon aber ein Foto macht, ist halt ein URL-Lienter, dann geht typischerweise der Browser auf. So, jetzt kommt das, was Nele Hirsch dazu beigetragen hat. Auf jeden Fall. Sie sagte, das ist ja okay. Für allen Dingen ist das da immer noch schwierig. Also ich könnte natürlich jetzt irgendwie einen H5P-Inhalt nehmen, den erstellen, davon den URL rauskopieren, den hier in den Inhaltstyp packen und dann verlinkt das auf, also der QR-Code direkt auf den H5P-Inhalt. Kann man das nicht in eins machen? Kann man auch. Also es gibt auch eine Option, wenn man das hat. Man sagt, hier ist ja, ich will jetzt einen QR-Code anlegen und der soll zu diesem Inhalt springen. Man stellt den Inhalt direkt in diesem Inhaltstyp und es ist letztlich aber auch nur ein Link, der dahinter steckt. Also kann ich ja mal, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt draufklicke. Habe ich offensichtlich ein interaktives Video irgendwie dahinter gesetzt. Das ist jetzt ein H5P-Inhalt. Spritgehalter nehmen. So, oh, jetzt komme ich wieder zurück. So komme ich jetzt zurück. Also das geht damit auch. Das ist letztlich nur ein URL, aber man muss sich nicht darum kümmern und sich den irgendwo rauskopieren. Man stellt einfach den Inhalt und dann wird der Inhalt angezeigt, wenn man davon jetzt ein Toto macht. So, das andere, jetzt wird es schon ein bisschen spannender, aber diese QR-Codes können ja ein bisschen mehr. Also was standardmäßig sogar immer drin ist, sind so Geo-Koordinaten. Und hier sieht das schon ein bisschen Spielerei. Also man kann im Inhaltstyp auch die Größe ein bisschen festlegen. Man kann mal eine Farbe nehmen, wenn einem Rot lieber ist. Man muss sich ein bisschen auf den Kontrast achten, dass das geht. Aber wenn ihr jetzt hier von einem Smartphone ein Foto machen würdet, dann seht ihr steckend dahinter diese Koordinaten, diese Geo-Koordinaten, Längengrad und Breitengrad. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Ich müsste jetzt selber nachgucken. Aber wenn ihr es mit einem Smartphone, wenn ihr davon hier ein Foto macht, geht dann sowas wie Google Maps auf oder hat Safari oder hat Apple wieder was eigenes, weiß ich nicht. Also geht dann jedenfalls die entsprechende Karten-App in der Regel auf und man kommt die Karte angezeigt. Kann ja auch ganz sinnvoll sein. So, nächster Fall, man kann auch Kontaktdaten hinterlegen. Das ist dann das, was ich dann eigentlich persönlich auch brauchte. Wenn ich fertig bin mit einer Präsentation, dann bin ich ja vielleicht, dass die Leute mich irgendwie kontaktieren können. Dann könnte ich da jetzt mal eine Website irgendwie drauf verlinken und so weiter und so fort. Aber viel schöner, weil es halt auch standardisiert ist, kann man das so machen. Ich kann hier draufklicken, da seht ihr wieder, was dahinter ist. Da steht eigentlich drin, das ist so mein Name, meine Firma und Telefonnummer und die Website. Und das Schöne ist, wenn man da von diesem Klerkort jetzt ein Foto mit dem Smartphone macht, geht typischerweise gleich die Kontakt-App auf und fragt, möchtest du diesen Kontakt speichern? Was natürlich super ist, wenn ich will, dass die Leute meinen Kontakt irgendwie haben. Man kann es jetzt auch mit Terminen machen, die werden dann in den Kalender eingetragen und so weiter und so fort. Und auch hier zeige ich nochmal, wie das geht. Wenn man es selber installieren will, ist es halt noch nicht offiziell erschienen. Achso, habe ich noch nicht gesagt. Liegt einfach daran, dass das Kernteam von H5P natürlich haufenweise andere Sachen zu tun und bei Beiträgen von außen, also von externen wie mir, bin ja nicht nur ich, die können da nicht immer hinterher sein und dann ständig nochmal den Felttext nochmal durchgucken, ob da irgendwie was grob fahrlässiges drin ist. Dann müssen die das veröffentlichen. Das braucht halt immer ein bisschen Zeit. Von daher gibt es das noch nicht offiziell, aber auch hier, wenn ihr das nutzen wollt, geht ihr einfach auf die Seite www.atake.de, klickt hier, sucht euch wieder irgendeinen aus, klickt auf Reuse, ladet euch das als H5P-Datei runter, speichert jetzt auch wieder auf meinem Desktop, direkt zu der Bingo-Datei, die wir gerade schon hatten, so und dasselbe Prinzip, ich springe nochmal hier auf meine Seite, wo H5P läuft, egal ob das Moodle ist oder WordPress oder Dupal und wenn ihr die entsprechenden Rechte habt, um H5P-Bibliotheken installieren zu können, dann geht man einfach hier oben, man macht diesen Hub auf, geht auf Hochladen und jetzt suchen wir uns einfach die ETR-Code-Datei, die ich gerade untergeladen habe, da ist sie schon und jetzt wird er natürlich fragen, ob ich den alten Inhaltstyp ersetzen will, weil es da schon einen gibt, obwohl er ist leer, darf er dann nicht fragen, na, fragt doch, das ist das, was ich vorher drin hatte, der geht natürlich verloren, ja, aber ihr seht das schon, er hat jetzt eine neue Bibliothek hochgeladen, das ist eben genau diese QR-Code-Bibliothek, und ihr seht ja, was man hier mitmachen kann, also ihr braucht euch im Prinzip nur aussuchen, was soll es denn sein, na, nehmen wir einfach so irgendwie ein URL, so, das sind die Möglichkeiten, Kontaktdaten, Ereignisse, also Termine, E-Mail-Adressen, H5P-Inhalte, Standort, Telefon, nur mal ein SMS, also alles, was so ein Telefon machen kann, wenn ihr so ein QR-Code findet, sagen wir einfach URL, dann würdet ihr hier den URL eingeben, könnt noch sagen, soll es irgendwie eine bestimmte maximale Größe haben, die hatte ich eben bei dem anderen vorgegeben, deshalb ist da das drin, könnt sagen, zentriert rechts, links, und das war es auch schon, und dann könnt ihr auch QR-Codes damit anlegen, innerhalb von H5P, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn die angezeigt werden, die rechte Maustaste nehmen und die speichern, das heißt, ihr ersetzt auch irgendwelche anderen QR-Code-Generatoren, die ihr vielleicht sonst benutzt habt, dann halt automatisch auch mit rein, so, also springen wir nochmal zurück, ich habe ja gesagt, ich habe drei, also um das zu zeigen, vielleicht hier, rechte Maustaste, als Bild speichern, dann speichert der das auch, und ihr könnt es anderswo weiter benutzen, wenn ihr wollt, so, dritter Einheitsstück, den ich schnell zeige, Pick the Symbols, der ist tatsächlich auch von mir, das nächste Mal zeige ich, das nächste Mal, ich glaube, nächste Woche haben wir noch einen Termin, jetzt zeige ich auch Sachen, die nicht von mir sind, aber der ist auch von mir, der ist entstanden über eine Anfrage der Schule Bubendorf, aus der Schweiz, die haben gesagt, es gibt so ein Programm, das kann sowas ähnliches, was wir hier gemacht hatten, nicht ganz so viel, das hier kann mehr, und da geht es halt darum, dass Satzzeichen gesetzt werden sollen, es halt möglich einfach sein, also was man hier machen muss, um sowas, ich zeige einfach mal, was das ist, also hier ist ein Text, hier steht ja auch schon die Anleitung, also man soll den Text mal lesen, und die nötigen Satzzeichen ergänzen, sonst können wir ja durchgucken, gehen wir mal ein bisschen, hier, ist natürlich sehr, sehr einfach, deshalb bin ich mir nicht didaktisch ganz sicher, wie sinnvoll das ist, weil hier ist ein großer Buchstabe, da muss ja vorher irgendwie ein Satzzeichen gewesen sein, also ein Punkt, ein Ausrufezeichen, und dann würde das hier halt, dieses Feld hier anklicken, und jetzt könnte man sagen, okay, welches Symbol soll denn da rein, und ich sage einfach mal, einen Punkt, und das kann ich jetzt halt bei allen machen, natürlich kann ich auch irgendwo zwischendurch was setzen, wo es Quatsch ist, kann ich jetzt einfach ein paar Stellen noch machen, so wild, und man kann sich das dann anzeigen lassen, und dann sieht man auch, okay, der war richtig, der Punkt, und die andere war natürlich falsch, die habe ich jetzt Quatschmäßig da reingesetzt, und so kann man das weitermachen, das Schöne an dem Ding zeige ich auch gleich, man ist jetzt nicht festgelegt auf, ups, machen wir nochmal weiter, man ist nicht festgelegt auf diese Symbole hier, Punkt, Komma, Fragezeichen, Ausrufezeichen, und Anführungszeichen, man kann da alle möglichen Symbole eintragen, die einem einfallen, zum Beispiel auch, die richtigen Anführungszeichen, also eins unten links, eins oben rechts, und sowas, ist man komplett frei, was man will. So, auch hier, wenn ihr das nutzen wollt, ist halt leider noch nicht offiziell erschienen, ist in der Teststreife, auch hier können wir auf Reuse klicken, und dann laden wir uns diese Datei runter, speichern hier auch auf den Desktop, haben wir eben schon gesehen, und dann gehen wir wieder zu unserer Seite, wo H5P draufläuft, und damit es sauber ist, mache ich einfach mal so, also, das nennt sich H5P Hub, wird demnächst übrigens auch ein bisschen erweitert, und was wir hier brauchen, ist einfach diese Datei hochzuladen, und dann suchen wir uns die, laden die hoch, und es passiert genau das gleiche wie eben, er legt jetzt auch die Bibliothek hoch, die fehlt die eine, das was schon hat, irgendein Ritter, und jetzt seht ihr auch schon den Inhaltstyp, also Pick the Symbols, ihr seht, man kann da eine Aufgabenbeschreibung erstmal angegeben, die habt ihr gesehen, dann gibt man hier einfach den Text ein, so wie er richtig ist, dann muss man nicht jetzt irgendwie markieren, welches Satzzeichnung wo eingefügt werden soll, sondern man geht es einfach durch, schreibt einfach den Text rein, dann ist es damit fertig, und dann sagt man hier, welche Symbole sollen denn da drin gefunden werden, ihr seid ja komplett frei, bin ich schon sehr gespannt, was einige Leute damit machen, also man kann da jetzt, ihr könnt jetzt auch mathematische Symbole eintragen, das ist auch kein Problem, ja, weiß ich nicht, was noch Buchstaben, es ging auch Buchstaben, also wenn ihr sagt, man soll alle Os reinschreiben, dann tragen wir hier noch ein O ein, und dann muss man den Text halt alle Os richtig setzen, oder irgendwie sowas, und man geht halt nicht nur mit Satzzeichen, sondern mit jedem Zeichen, das man hier irgendwie eingeben kann, bin gespannt auf das, was ihr damit macht, ja, es gibt noch so ein paar Detaileinstellungen, wie immer, ob man das kontinuierlich überprüfen erlauben lassen soll, oder ob es nach einem Klick auf Check komplett wieder alles gelöscht werden soll, das ist das, oder ob alle Lücken angezeigt werden, manchmal hat man bei wörtlicher Rede ja sowas wie, was haben wir, ein Doppelpunkt, Leerzeichen, und dann erst so ein Anführungszeichen, ob dann gleich drei Lücken angezeigt werden sollen, oder nur eine, man muss exklusiv sagen, ich brauche noch eine Lücke, ich brauche noch eine Lücke, ich brauche noch eine Lücke, das macht man damit, und das war es im Prinzip auch schon, also das macht man damit, damit ihr jetzt auch seht, dass es jetzt wirklich da ist, ich gehe nochmal auf Erstellen, also ich habe es ja jetzt, wollte ich ja jetzt so einen Inhalt hochladen, aber wenn ihr jetzt Pick des Symbols suchen würdet, würdet ihr sehen, okay, jetzt ist das auch in meiner Liste hier drin, und ja, jetzt könnt ihr das weiterverwenden. So, jetzt springe ich hier nochmal rein, wie nächstes was anderes, jetzt habe ich natürlich keine Uhr hier, aber ich habe gesagt, ich brauche so 20 Minuten ungefähr, das ist ein Tick mehr, also ich liege perfekt eigentlich in der Zeit, das ist selten. So, dann höre ich jetzt vielleicht erst mal auf zu reden, ich mache vielleicht jetzt mal wieder mich groß, da bin ich, und ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt dazu, dann schießt los, oder vielleicht sagt ihr auch, hey, ich habe eine gute Idee, wie man das jetzt didaktisch einsetzen könnte, wo ich halt nicht drauf komme, weil ich so ein bisschen aus der Didaktik gekommen bin, aber eigentlich als Techniker bin, dann würde mich das natürlich freuen, wenn ihr dazu Ideen habt, dann lerne ich ja auch was, und kann das wieder weitertragen. Also, wenn ihr wollt, schaltet das Mikro an, wenn ihr was in den Chat schreiben wollt, macht das in den Chat, und ich sehe das schon leider unscharf, ja, das ist halt bei Zoom so, wenn Zoom das komprimiert, ist es ein bisschen spät. So, jetzt, ja, Bildschirm, das kann ich das Schärfthema lösen, ja, hätte vielleicht sein können, sehe ich jetzt natürlich zu spät. Also, schießt gerne los. Ja, das Letzte vielleicht für so diese praktischen S, Doppel-S, Scharfes-S, diese schönen Grammatikaufgaben da, mit Buchstaben, ich denke, das macht schon Sinn, weil das ja auch A, leicht zu erstellen ist, dass man halt dann auch viel Übungsmaterial hat, und dann findet man halt doch im Internet oftmals Käse oder eine Schweizer Seite, die dann Doppel-S, eine scharfe S, gar nicht kennt, und dann geht es manchmal daneben. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch was, was man Kollegen zeigen kann, die da mit anfangen auch. Also, die sehen da sofort, oh, A, ich spare mir Zeit, B, der hat ja Auswertung gleich, der Schüler, und vielleicht macht das ganz gern. Ja. Also, da sehe ich durchaus Potenzial. Also, das andere ist auch nicht schlecht, es sind schöne Spielereien, aber ich denke, da hast du auch gute, Beispiele schon genannt. So, für so eine Schulhaus-Rallye oder sowas, dann diese QR-Codes haben wir auch schon öfter mal gemacht. Also, da wäre das auch eine gute Möglichkeit. Ja, gerade da ist der Einsatzfall beschränkt. Also, ihr seht ja auch hier, ich habe da immer noch die Links dazu gesetzt. Hier oben ist der, also, wenn der da mal auf diesem, so seht ihr jetzt natürlich nicht, ja, hier, wenn ihr da draufklickt, da seht ihr noch mehr. Und dann kann ich fragen, wofür brauche ich denn, wenn es eh schon digital ist, so einen QR-Code? Dann kann ich ja auch direkt verlinken. Also, ihr könnt ja auch direkt einen Link auf Google Maps setzen und so weiter und so fort. Mir wurde aber dann von, tatsächlich von einer Lehrerin gesagt, na ja, grundsätzlich stimmt das, ist ein bisschen unsinnig, also, einen QR-Code auf eine Website zu packen, zum Beispiel, geht auch einfacher. Es gibt ja immer wieder den Fall, dass man irgendwie Unterlagen ausdruckt und wenn dann da so ein Link drauf ist, das ist so dann, wenn man so ein Zwischending hat, zwischen reiner Online-Welt und irgendwie die Brücke schlagen muss, dann in die echte Welt, dann ist das ganz nett. Ja, das ist durchaus noch verbreitet. Wurde mir dann auch gesagt, genau. Sonst ist natürlich klar, sonst könnt ihr auch, wenn ich einen Link nur verstecke, direkt drauf verlinken. Nee, aber wie gesagt, beim Dritten, da sehe ich schon auch wieder so Sachen, die man halt einfach Kollegen zeigen kann, dass sie sich damit überhaupt beschäftigen wollen. Also, mit dem Ganzen dann. Also, ich meine, wenn man jetzt sowas zeigt, nein, so eine Fortbildung, ich weiß ja selber, habe ich auch schon gemacht, dann ist natürlich das interaktive Video immer das, was immer alle sehen wollen, das kennt ihr zwar. Aber diese Kleinigkeiten sind schon immer nicht schlecht und ich glaube, da musst du eigentlich ja wirklich nicht viel wissen und viel können. Aber, ja, doch, das ist immer das, was mich dann doch fasziniert an dem Ganzen und da bin ich auch immer ganz gern dabei und interessiert, wie das weitergeht mit dem Projekt. Vielleicht dann doch nochmal, ich habe ja viele Fragen auf einmal gestellt. Seht ihr hier denn irgendwas, habt ihr irgendwas gesehen, wo ihr sagt, da würde mir jetzt unbedingt noch das fehlen oder geht das auch und ich habe es nicht gesagt? Ah, super. Also, wir hatten auch schon mal bei dem Thema Quiz drüber gesprochen, lieber Oliver und als ich hier eben das Bingo gesehen habe mit dem Veranstaltungsabschluss und wenn ich dann lese, wenn du eine Teilnahmebestätigung verdienst, ist also dieser Punkt, was ist die Seite, die erfolgt, wenn ich entweder ein Bingo habe beziehungsweise wenn ich bei dem Quiz die erforderliche Grenze richtiger Antworten überschreite, würde ich das natürlich immer so ganz prima finden, wenn man dann auf irgendeine Seite leiten könnte, die so ein bisschen den Charakter eines Zertifikats hat. Ich weiß, bei Quiz geht es leider noch nicht. Wie ist denn das hier bei Bingo? Ähnlich oder anders? Oder genauso? Nee, das ist genau das Gleiche. Das ist ja eingebettet in einem bestimmten Kontext. Ich könnte jetzt einmal die Seite aufmachen, also wo das eingebettet ist. Da ist direkt da drunter der Link, um auf das Zertifikat zu kommen. es ist bei uns, bei diesem Kurs ist das bei uns gewusst nicht so gewesen, dass man das jetzt irgendwie alles super streng macht und muss erst es erfüllt haben, bevor man überhaupt irgendeinen Link bekommt. Deshalb ist das da drauf. Aber nee, ist hier nicht drin, aber dieses Ding unterstützt halt die X-API-Schnittstelle und wenn man sowas braucht und wenn danach irgendwas passieren soll, kann man das halt sich halt das Customizing dazu bauen, genauso wie man es haben will. Also es halt für bei H5P ist halt das Ding, es versucht diese Inhalte für sich gut zu machen und alles, was da drum herum kommt, sei es Zertifikate oder ob man einen ganzen Kurs draus bauen will oder eine Verkettung von irgendwelchen Sachen, das könnte man da auch überall alles reinquetschen, aber dann verliert es halt diesen schönen One-Tool, One-Purpose gibt es und bei Linux zum Beispiel, es gibt halt Werkzeuge, die machen genau eine Sache gut und das soll auch so bleiben eigentlich. Deshalb versucht man das nicht mit Funktionen vorzustopfen, das hat man irgendwann sowas wie PowerPoint oder Word, was super viel kann, aber kein Mensch kann es mehr überdienen oder kennt die ganzen Funktionen und von daher ist jetzt erstmal so nicht drin. Wobei, wenn ich jetzt bei den Quiz nochmal fragen darf, da gibt es ja auch eine Seite, auf die man leider leiten kann, wenn man das nicht erreicht. Für mich wäre, ist da sage ich mal kein Systembuch, sondern eigentlich nur eine logische Ergänzung, wenn es auch die Option gäbe, auf eine Seite geleitet zu werden, wenn man es geschafft hat. Also da ist für mich, sage ich mal, nur noch ein kleiner Punkt, den man ergänzen könnte, wenn schon einer da ist, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, dann noch eins zu ergänzen, wenn ich es geschafft habe. Aber vielleicht stehe ich allein mit meinem Wunsch, das muss ich dann ganz tapfer ertragen. Aber du hast doch gesagt, man kann, ich fürchte, ich zähle nicht zu man, was das Customisen betrifft. Nee, man kann auch Motorräder anpassen, man kann auch das, ich kann auch kein Motorrad selbst zusammenschrauben, man braucht halt immer andere Leute, das ist halt nun mal so. Ihr setzt den Fall, ich würde gern bei diesem Quiz Teil dieser Ergänzung haben. Könnte ich mich da mit einem endgeltlichen Auftrag zum Beispiel an dich wenden? Das geht prinzipiell, ja, genau. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Müsste ich jetzt weiter ausführen, das wäre vielleicht nochmal eine Session für sich. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Customizing und Anpassen, weil es da halt auch so ein paar Pferdefüße gibt, über die muss man halt einfach Bescheid wissen. Also wenn es dazu noch eine Veranstaltung gäbe, ich würde mich mit großer Sicherheit anmelden. Vielleicht können Jürgen und Konsorten das direkt mit aufnehmen. Aber erstmal bis hierhin schon vielen Dank war wieder einmal bereichern und inspirierend. Sehr schön. Gut, und ich nehme einfach tatsächlich mit, wahrscheinlich habe ich bei mir die Auflösung auf 720p oder sowas runtergedreht, was natürlich für die Schärfe nicht so zuträglich ist. Mehr Kultball, da entschuldige ich mich nochmal. Bis nächstes Mal. Wird's besser.